Willkommen zurück zum Let's Play Dark Souls, ich bin's wieder, euer Poison Blackie von TheProPoisonIP. Und ich bin Tobi von TheProPoisonIP. Du brauchst mal so lange um zu reden. Tut mir leid. Let's play with you. Dock so süß von gesagt. Und ich hab mich grad wegen dem DLC erkundig, wie man startet. Okay. Wenn du das mit deinem Handy da gemacht hast. Jep. Sehr freundlich von dir, dass du auf mich gewartet hast. Alles aus reinen Eigennutz. Wieso Eigennutz, hä? Wieso nicht? Ja, wieso Eigennutz? Wie gesagt, wieso nicht? Weil wegen Baum. Okay. Na komm, na komm, na komm. Nein, nicht so. Komm, hau ihn, hau ihn, hau ihn. Na komm. Was? Was? Ich fahr da runter. Wieso. Wieso? Wieso? Ich bin doch lieber den Farb-Tool. Wieso? Runterspringen? Ich glaub, ich will doch erst ins DLC. Hm? Ich will ins DLC. Okay. Aber dafür muss ich erstmal nur... Ich wäre ein Gegnerkind. Boss, Gegner, whatever. Michael, schieb doch nicht immer alles, was du machst auf mich. Und was ich auch gelesen habe? Eigentlich, dass ich alles, alle Bonfire auf ein maximales Entfachen habe. Ja, okay, erstmal Hülle und Köln. Menschlichkeit da bieten? Ja. Einfachen. Was das bringt, äh... Weiß ich nicht, aber ich... Gehört mal nach dem Tipp. Außenfall. Mein Tipp? Oh mein Gott, wie kannst du mir? Wie kann ich nicht? Keine Ahnung. Mit dem du es nicht tust. Ja, Michael, versucht die Logik zu verstehen. Du tust es so oder so nicht. Okay. Okay. 20 erstes... Ah, okay. Meine erstes Flakon steigen. Keinen flachen Möcke. Einfachen. 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 Ähm... Das war jetzt... Feuerbandschrein. nicht rein. Gehe ich... Dann von da aus. Ja... Ja, okay. Ne, warte. Ega. Ich warte nicht. Mach weiter. Ja. Ich muss ja noch mal entfachen. Gemeinde der Untoten. Da. Ich habe jetzt 20 erstes Flakon. Aber Michael, hast du dich auch... Ähm... Okay, das ist äh... Bezirkt der Untoten. Ja, mit doch verlaufen. Hast du dich... Eventuellerweise an das gehalten, was wir vorhatten? Äh... Was meinst du? Heute etwas länger aufzunehmen, wegen den... Anderen. Achso, weil wir... Weil wir ein bisschen länger nicht aufgenommen hatten. Ja. Meinst du jetzt? Ähm... Oder meinst du, dass ich machen war bei... Das würde ich dann sagen... Wochenende. Da können wir uns euch... Richtig... Oder... Montag und Mittwoch. Heute ist Montag? Ja. Also können wir uns das heute leisten. Du weißt warum, oder? Also... Ja. Okay. So... Geh da lang, da lang, da lang. Geh nach Hause. Tja, dann geh du mal nach Hause, nicht? Nicht, nicht. Geh nach Hause. Geh nach Hause. Dann geh ich da lang. Weiche auf. Wie findest du eigentlich die Werbung mit Santa? Welche? Wo da die Schneekugel kippt und der Typ dann... Der Verkäufer dann mit dem Auswagen nach Hause fährt. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Ich kenn die... Werbung nicht. Ich guck keinen Fernseher, wie du weißt. Stimmt. Da war ja was. Okay. Mh... Wir sind menschlich. Aber das Bild, was ich... Dir und deiner süßen gestern geschickt hab... Das war gut, wa? Jo... Hat was. Mehr war auch nicht. Es hat nur etwas, nicht alles. Hm. So... Da hoch. Denken. Achso. So. Geh nach Hause. Bin schon unterwegs. Dann geh ich hier lang. Dann... Hier lang. Dann geh nach Hause. Dann geh nach Hause. Auch noch mehr Italien runter. Da kommt meine Mom nach Hause. Hi, Modi! So. Ich geh hier runter. So. Ich geh hier runter. Oho. weil ich zuhause bin aber das machen so so drei körper Das ist der Ballang. Hey, ich komm nicht an den Kopfkant. Tja. Nur an dem. Okay, zwei Karten sind noch übrig. Ich hab die Hydra-Spiegel gemacht. Okay. Oder ich hab sie nicht dauernd. Wie immer Kühltrass. Drachenstein, das Kronring. Okay, ähm, was macht denn der Kronring? Gewährt zusätzlich Magie, aber halbiert tp. Äh, pp. Nicht wirklich. Äh, da nehme ich lieber... Äh, äh, ja. Obwohl... Ich will ja durchs Wasser laufen. Da ist dann der Fahrer aus unserer Eisenring. Besser. Ja. Äh. Und dann... Geht's hier entlang? Was fandst du da? Äh, ich will es dc. Und du? Hm? Und du? Noch, noch mal. Ich will es dc. Okay. So. Dann soll ich mich... David von The Pro Poison LP gerade an. Ach ja, schöne Grüße. Jo. Dann soll ich mich hier einmal Party wenden. Ja, und ich warte. Havark. Den Partner nicht die Hydra. Fertig. Repparatur-Bulver. Genau auf dich habe ich gewartet. Was ein netter Gegner. Und ich darf töten. Habt ihr mich gerettet? Genau. So. Before I disappear. Allow me to ask one thing. My home. Ulysseum. Is the home of ancient sorcery. Okay. My hope. Is to pass this profound knowledge to thee. Would this be of assistance? Yep. My heart felt thank. Then I shout. Engrave my... Thou art in need. Pray summon me. Brunt seems that my time is done. Hey, bleib hier. Ich will dich noch abslitzen. Wenn das geht. Wenn das in Ordnung geht, Magi. Okay. Ist kein Ding, oder, Tobi? Hm, hm. Kein Ding. Rote Augen, okay. Invasion, eine andere Weltversuchung? Okay. Dann laufe ich hier lang. Michael, zur Sportgruppe. Wie viel Eistee soll ich da mitnehmen? Zwei. Zwei. Du musst für mich mit... einen mittrinken, weil du sagst. Ja, zwei hätte ich so oder so geholt. Aber, ähm... Ich bin gerade am überlegen, denn ich muss ja auch noch was anderes holen. Energy? Mhm. David nimmt morgen einen Trichter mit. Nicht, dass wieder alles da nehmen läuft wie heute. Okay, dann egal. Heimkehrknochen nutzen. Okay. Und dann mischen wir... Energy mit Eistee. Ja. Dann gehe ich auf Teleportieren. Äh, okay. Anno, London. Jetzt kann ich ja den Ring ausziehen. Aber das war eigentlich das Beste, was wir machen konnten. Das aufnehmen? Ja, klar. Nein, die Idee mit den YouTube-Kanälen zusammenschmeißen. Also, einen großen zu machen. Ja, da treten wir uns gegenseitig in den aus. Was wir machen zumindest. Obwohl wir beide immer los haben. Äh, was. Mach's auch so neben, ey. Ja. Auf, geschessen. So. Ich glaube, ich bin hier lang. Ein bisschen Heldersfeuer, aber so was geht. Jo. Dann... Ne... 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 Nein, nein, nein. Nein, nein. Noch nicht sterben. Nicht schon wieder. Gerade das Knie. Ach, Michael. Wieso? Hm, nur so. Okay. Ach ja, SumSum hat wie einen coolen Anime gefunden, wusste aber jetzt nicht wieder heißt, sagt er mir morgen in Schule. Alles klar. Du weißt, vielleicht kennst du ihn ja schon vielleicht aber auch nicht. Ach ja, und er hat gefragt, wo bleibt seine Liste? Ich bin tot. Immer am Ende des Parts. Wie immer, wenn es euch gefallen hat, lasst daumen hoch, daumen runter, wenn es nicht gefallen hat, konstruktive Kritik und haut raus. Haut raus.